Hallo liebe Facebook-Freunde und Fans. Ich wollte mich ganz herzlich bedanken für den Support, für die viele Klicks, für die viele Likes und für die viele Votings. Merci vielmals, das hat mich sehr viel bedeutet. Bitte drückt die Daumen für 13. Februar in Bodensee Arena in Kreuzlingen. In der Zwischenzeit wünsche ich euch eine schöne Weihnachten und Gutes Neues. Tschüss!